Das heißt, die Familie sei unser Ausgangspunkt. Wir fliehen von ihr. Und am Ende kehren wir wieder zu ihr zurück. Ich trinke auf euch allen! Wir müssen die Leine abbrechen. Entschuldigt! Entschuldigt! Ich muss euch leider unterbrechen, sonst verpasst ihr noch die Fähre. Ist da jemand? Sie fährt nicht, Papa. Da steht's doch! Leute, was sollen wir machen? Wir kommen nun mal hier nicht weg. Los, gehen wir wieder nach Hause. Lustige Situation. Und, wie ist es? Unbequem? Du hast dich von deiner Frau getrennt? Ja. Deine Familie hat nach neun Jahren immer noch nicht kapiert, dass ich deine Frau bin. Wann verlässt du sie? Ich liebe nur dich. Ruhig. Weißt du, der Kuss damals, als wir klein waren, das war der erste Kuss in meinem Leben. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr gekommen seid. Du tust mir leid. Jetzt auch! Halt los, schnell, du gescheiterte, frigide, alte Junge! Du fasst doch nicht ganz richtig im Kopf! Hast du gesehen, wie sie sich gestritten haben? Ja, vergiss es. Seitdem sie sich kennen, machen sie das! Die Erwachsenen sind manchmal so. Sie ist verheiratet, Paolo. Sie hat eine kleine Tochter. Ich finde, unsere Kinder sind immer noch so rastlos. Sie werden ihren Frieden finden. Das Leben ist ein Riesenchaos. Total. Total! Nein!